Musik Die Bergpredigt Teil 68 Der Wolf im Schafspelz Matthäus 7, Vers 15 Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen. Inwendig aber sind sie reissende Wölfe. Nach den beiden kurzen Unterweisungen in den Versen 12 bis 14 folgt der letzte Teil der Bergpredigt. Zu Beginn ging es in den Seligpreisungen um den wahren Glauben. Dann hat Jesus in zwei längeren Abschnitten anhand verschiedener Beispiele wahren und falschen Glauben kontrastiert. Nun thematisiert er zum Schluss den falschen Glauben. Zuallererst warnt Jesus in den Versen 15 bis 20 vor falschen Propheten. Propheten sind Boten, die den Menschen im Auftrag des Herrn den Willen Gottes lehren. Bereits im Alten Testament begegnen wir Persönlichkeiten, die nur vorgeben, im Namen Gottes zu reden. Die seine Autorität missbrauchen, um sich eigene Vorteile zu verschaffen. Mit dieser Gefahr der Verführung ist nun auch die neutestamentliche Gemeinde konfrontiert. In Anlehnung an diese Worte Jesu warnt Paulus später die Ältesten in Ephesus Apostelgeschichte 20, 29 bis 30. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Paulus empfiehlt Vers 31, darum wacht und Jesus, der sagt uns hier, hütet euch. Hier ist also äusserste Vorsicht. Hier ist eine klare Abgrenzung geboten. Die Verführung stellt vielfach die grössere Gefahr dar als die Verfolgung. Die Schwierigkeit liegt darin, dass diese Pseudopropheten, wie sie griechisch genannt werden, nicht sofort auffallen. Sie kommen in Schafskleidern zu euch. Sie geben sich nicht als Gegner Gottes zu erkennen, sondern halten sich zur Herde. Gegen aussen gleichen sie harmlosen Schafen. Sie scheinen ungefährlich, demütig und nützlich. Sie reden einfühlsam und friedfertig. Ihre scheinbare Rechtgläubigkeit und Frömmigkeit nutzen sie als Tarnung. Genauso wie es Satan tut, wenn er sich als Engel des Lichts ausgibt. 2. Korinther 11, die Verse 13 bis 15. Inwendig aber, sagt Jesus, sind sie reissende Wölfe. Der Schafspelz der falschen Propheten ist eine geschickte Täuschung. Im Innern, da sieht es ganz anders aus. Da sind sie keine Schafe, sondern reissende Wölfe. Äusserlich geben sie Gott die Ehre, innerlich aber werden sie von falschen Motiven getrieben. Sie sind auf Beute aus. Der Eigennutzen steht im Vordergrund. Sie fallen über ihre Mitmenschen her, um sie an sich zu binden. Opfer bringen sie keine. Nein, sie fordern nur. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10a, Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Nur ist das von aussen nicht auf Anhieb erkennbar. Erst die Früchte, die allmählich wachsen, werden uns nach und nach darüber Aufschluss geben. Darauf wird Jesus in den nachfolgenden Versen eingehen. Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!